Hallo! Wir haben Sayolita verlassen. Wir sind jetzt in China. Wir haben gestern ganz coole Weihnachten gehabt bis zum Schluss, bis die Grabung verschwunden ist und wir in drei Stunden im Meer gesucht haben und wir haben ein kleines Kind, das kommt, hat gerade gesagt. Und dann haben wir Pizza mit unserer Couch der Frust und das ist der größte Freude. Das war irgendein großer Fehler, weil wir haben dann auch geschrieben von dem Essen. Also im Krankenhaus, man hat Infusionen, kriegt alles, also richtig Argen-Scheiß. Wir haben halt eh noch gar nichts gegessen, also so ein Frucht-Smoothie haben wir drungen. Jetzt sind wir aber in Tequila, jetzt gehen wir halt dort zu dieser Schrift, da können wir halt ein tolles Foto machen. Und dann fahren wir weiter nach Guadalajara. Und dann greifen wir die Vanessa mit der ersten Tasche von deinem alten Foto. Das ist einmal ein Ziner. Ich bin ein Idiot. Bye-bye! Also wir sind gerade im Caf und wir haben uns gerade Wasser gekauft. Da ist alles ausgestanden, dass sogar die Polizei ist da drüben. Das ist alles ausgestanden. Servus! Jetzt sind wir wieder im Dschungel. Servus Leidl! Nach sieben Stunden Fahrt. Gefühlt 20. Haben wir jetzt einen Kuhnstrand gefunden. Ihr schaut schon mal um mich wieder an. Mein Achso im Dschungel! Wuhu! Bleibt es auch noch nicht offen? Noch öffnen! Der Leben kriegt es auch. Ja, kannst du ihn schauen! Also heute ist der ganze Tag mit Autofahren voll geplant. Weil wir sind von Guadalajara losgefahren und fahren bis. Auch Kabul sind so 12-13 Stunden Fahrt. Und jetzt haben wir eh fast die Häften. Häften haben wir die Häften. Und eben, jetzt müssen wir mal ins Meer rein. Dann müssen wir wieder refreshen und runter. Der Winnie-Pooh braucht auch Pause. Wir brauchen eine Pause. Alle brauchen eine Pause. Ja. Okay. Schauen wir mal ins Wasser. Ja, tschüss! Herrlich! Sei eigentlich herrlich. Ja! 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 Das kriegt sie doch gut. Haha! Wir wissen nicht wo wir fahren. Aber wir haben echt gedacht, das ist alles voller Touristen. Aber das sind alles Einheimische, oder? Ziemlich cool irgendwie. Und ein Hidden Spot. Gerät für ein paar Jahre im Flugzeug. Ja! 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 Das habe ich auch schon da gewartet. Jetzt fahren wir eine Bananas und ein Zuhälbchen. Aber es ist schwer. Es ist nicht sehr lieb drüber. Jetzt fahren wir weiter. Fünf Stunden noch. Ja, noch mehr. Nächsten Tag. Hola. Guten Morgen. Hi, Freunde. Guten Morgen. So sind wir in der Couch sehr fast. Ich zeige euch jetzt einen cool Papaya-Baum. Wir werden jetzt zu einer Insel in Acapulco fahren. Und genießen da ein Tag, gehen schnorcheln. Am Abend müssen wir ein bisschen arbeiten. Also Arbeit nachholen. Und unsere weitere Reise planen. Und ja. Jetzt fahren wir weiter. Tschüss. 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 Wir haben jetzt für 80 Pesos zur Bank zur Insel genommen. Gebt euch, wieviel Leute das haben. Das ist nicht schön. Du kriegst einen Platz aus der Post. Gott sei Dank hat uns unser Couch der Post einen anderen Bildschirm gegeben. Und da geht mein Team. Hoffentlich sind dort nicht so viel Leute. Es ist ja gestrahlt, was da abgeht. Ja, auf jeden Fall ist es schon so spät. Wir haben gar nicht viel Zeit. Da gehen wir schnorcheln. Ich hab schon Rachen gesehen. Da gibt es Wochen und Seesterne. Wir werden mal schauen, was weiß ich. So Ralei. Bald genug der Post wieder zurück. Die Monja ist fame da auf der Übel. Die haben so von Flight oder so ein Modelsmedier gemacht. Oh, du bist am Bestmatch schon. Ja, genau. Da haben wir noch so richtiges. Hangout, watermelon. Papa kann man dann auch mal wieder zur Post zurück. Dann schauen wir mal, was wir da machen. Da machen wir mal wieder. petand. Man hat eine Plne aus. da hat ein Band für Beide. Ja, genau. Da können wir weiter. Da, 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 da. Da, da. Vielen Dank.